Mein Name ist Stefan Funke, ich bin hier der Dienstagende Schwimmweißer und bin bis 15. September hier auf Dienstagend. Ja, wie die BILD auch heute gedacht hat, ist heute der Bergste Tag im ganzen Sommer. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier ein super schönes Freibad. Super Rutsche, 77 Meter lang, sehr gut besucht, auch eine schöne Sprunganlage haben wir mit dabei. Ja, für Erwachsene kostet der Eintritt 4,50 Euro und für die Kinder 2,50 Euro. Ihr seid alle bis zum 15. September recht herzlich eingeladen und wir heißen euch alle herzlich willkommen. Ja, wir haben jetzt momentan die Wassertamperatur auf 27,2 Grad, 50 Meter lang ist am Becken, 14,5 Meter breit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020